Was ist das? Die 3. Medaillen singen ihr an die Gemeinschaft Rudolf-Hein-Münster, Deutscher Rudolf-Dumm! Jonas steht! Hallo Jonas! David Akaria! Wieder mit Umhängen, das ist ja kein Corona mehr! David Bitschowin! Und Emil Bitschowin! Die Silbermedaillen für die Gemeinschaft Dresdner Rudolf-Klub, Rudolf-Klub Alemania, Rudolf-Klub Harbohite, Hamburg-Jacht! Karlstorchhausen! Karlsfondina! Juliano Rosicrist! Applaus Andreas J. Kaffeein! Und Hanno Wittjen und die Gewinner der Goldmedaille und deutsche Südlohrmeister 2022, die Weltgemeinschaft Frankfurt Die Leute von Guinea-Barnia, Ophi Bacchus, der Klappchen, die Wiesner Hunden-Wäfer Vicky Klaus Schäfer 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 Vicky Klaus Schäfer